Im Swissbau Innovation Lab 2020 haben die Partner gemeinsam sechs Innovationsideen für das Areal Uptown Basel in Arlesheim erarbeitet. Mit digitalen Modellen Gebäude energetisch modernisieren. So will die Innovationsidee Läuft wie geplant den Schweizer Gebäudepark fit für die Zukunft machen. Am Beispiel der Panzerhalle in Uptown Basel. Zuerst wird das bestehende Gebäude erfasst und digital als IFC-Modell nachgebaut. Intelligente Algorithmen vergleichen dann unzählige Kombinationsmöglichkeiten des Energiekonzepts. So wird das Gebäude optimal konfiguriert. Alle Beteiligten arbeiten mit diesem digitalen Modell. Von der Planung bis zur Baustelle. Und auch im Betrieb. Hier läuft im Hintergrund eine digitale Simulation des Gebäudes. Diese vergleicht die aktuellen Messdaten mit dem geplanten Energiekonzept und optimiert stetig den Betrieb. So läuft alles wie geplant. Digitale Gebäudemodelle helfen, die energetische Transformation des Schweizer Gebäudeparks voranzutreiben. Erfahren Sie mehr zum Areal Uptown Basel und zum Innovationslabor der Swissbau Online. Heim. Untertitelung des ZDF für funk, 2017